Okay, aber das muss ich auch sagen ist geil, gerade wenn es so ein bisschen schneller läuft. Oh lol, jetzt habe ich da aber mal ganz kurz falsch gepuckt. Ja, Allerechte, jawoll! Und hallo in die Runde, da sind wir mal wieder meine lieben Leute da draußen. It takes you Folge 23 und wir sind in der Schneekugel und jetzt sind wir hier unter Wasser. Mit dabei ist natürlich der gute Fabio, hallo! Hallöchen und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zurück. Freunde, ihr seht es in der Kamera, neues Mikrofon-Equipment am Start. Ja, das habe ich nicht vor, immer und dauerhaft zu benutzen. Heute ist aber der erste Tag, wo ich das habe, kurz mal vorweg. Und ich wollte es jetzt natürlich unbedingt nochmal ausprobieren. Habe es jetzt auf die Schnelle irgendwie zusammengesteckt, muss den OBS jetzt noch ganz viele Einstellungen umändern, bis das mal hier jetzt funktioniert. Ich hoffe, es ist vernünftig. Ich will mich entschuldigen, falls es übersteuert, falls es noch ein bisschen zu laut ist, ein bisschen zu leise ist. Es ist alles noch nicht eingerichtet. Ich habe mir gerade fünf Minuten Zeit gelassen hier für die Einrichtung und so. Ich hoffe, das passt alles, einigermaßen. Ja, ansonsten, das Mikro sollte eigentlich auch relativ gut klingen. Trotzdem, dafür war es ja bekannt. Ähm, jetzt geht es aber erstmal los. Genau, wir sind hier unter Wasser und müssen jetzt hier die Fabrik irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Das heißt, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Das war ja eine Süßigkeitenfabrik, ne? Wow, ach so, Leute, man kann hier richtig geil springen. Alter, wie? Ich, äh, folg dir einfach mal. Ich weiß nämlich, ich finde es ganz schön groß, die Map. Das ist schon nicht schlecht, genau. Hier in dieser, in diesem Arena-Ding müssten eigentlich auch noch, ähm, Minispiele auf uns warten. Also müssten wir uns da auch noch mal ein bisschen umschauen. Ich will erstmal gucken, was hier hinten ist, aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil hier überall rot ist, ne? Unterbrochen. Aber ich glaube, dieser Fisch wird ja jedes Mal aggro, wenn man in dem Licht steht. Okay, aber wir müssen, warte mal, ich will runter. So, hier. Müssen wir hier irgendwas machen? Wir müssen das doch reindrehen, sicherlich, ne? Also... Hier ist was. Das müssen wir ja bestimmt... Ja, ja, komm zu mir einfach, genau. Ach so, hoch war ja so. Ja, komm. Wir gehen erstmal da hinten hin, oder? Oh, okay. Oh, mein Gott, das war... Das war knapp, will ich sagen. Alter, wie soll das denn gehen? Okay, warte, ich gehe so nach hinten. Okay, ja. Tja, das ist gar nicht so einfach. So nach unten. Ja. Ja. Oh, perfekt. Und jetzt drehen einfach. Ja. Okay, es funktioniert ganz gut. Wo ist der Fisch? Da hinten. Okay, nice. Okay, dann... Der Fisch kommt. Ich verstecke mich einfach hinten, oder? Okay, er wird trotzdem aggro. Ja, aber er ist mies lahm. So, wir müssen jetzt da nach hinten. Genau, ich gucke mal nach dem Fisch immer. Du kannst ja nach vorne gucken. Ich gucke nach hinten. Dann passt das doch. Er kommt schon wieder hier so in diese Richtung, ne? Da hinten ist noch eine Schraube. Okay. Wir müssen höher. Ja. Was ist das? Ja, ist schon zu hoch. Der Fisch kommt gleich. Ah, sehr gut. Ah, ja. Okay. Okay, er hat mich gefressen. Okay, man kann es wirklich nur zu zweit drehen. Dann muss ich schon auf dich warten. Ich bin schon... So, welche Richtung? Andersrum. Jawoll. So lang. Okay, dann haben wir ja schon zwei Drittel hier. Dann gleich mitnehmen. Der Fisch. Ist er blind? Er ist blind. Sehr schön. Ja, hoch. Jawoll. So, runter. Ja. Jawoll. Perfekt, das dürfte es sein. Gucken, was dann passiert. Ah, es gibt drei so eine Röhren. Lol. Röhren, Röhren, keine Ahnung. Oh, weiß. Das ist ja interessant. Mal mal nicht vergessen. Ja, ich muss einfach nochmal erwähnen, wie geil das hier aussieht. Jetzt mal ohne Scheiß. Da ist ja noch ganz dicht. Kann man eigentlich auftauchen? Kann man da nach oben? Ich glaube, man kann da nach oben. Achso, aber von da kommen wir ja. Aber hier ist auch voll viel noch. Alter, wie viel hier ist. Also, aber hier ist das Hop-Ding, ne? Ja, hier ist die Basis. Guck mal, das sieht aus wie ein Minispiel, so ein bisschen. Wo denn? Aber ne, keine Ahnung. Ja, aber guck mal, wo die hingehen. Auch grad mal beim Schiff. Aber warte, ich hab da auch Bock. Okay. Ah, guck mal. Doch, da hinten, oder? Da, wo die Zielflagge ist? Was ist denn da? Ja, das sieht halt voll so aus. Aber ich weiß nicht, ob das... Ja, richtig. Aber... Ja, hier. Ja, genau, da drinnen. Wo bist du? Warte, ich komm. Ja, hier bin ich doch. Ja, hier drinnen. Ah. Aber jetzt noch keine Trommel. Nee. Was ist denn hier? Hier ist auch irgendwas. Ach so, vielleicht ist es hier. Warte mal, ich geh mal hier. Ach so. Ach, hier ist auch noch irgend so ein Rätsel, oder so. Ah, hier ist die Basis halt. Ach so, und das ist quasi der Leuchtturm. Ich verstehe. Hier, komm mal, hier. Oh, nice, nice. Wo? Ja. Eisrennen. Oh, geil. Da fällt mir ein, mein Controller leuchtet rot. Das heißt, die Batterie kann jederzeit ausfallen. Ich hoffe mal, das passiert jetzt nicht da. In dem Fall können wir das sicherlich nochmal machen. Das finde ich geil an dem Controller. Er zeigt wenigstens an, wann er leer ist, aber er zeigt nicht an wann. Also es blinkt dann irgendwie noch ein, zwei Stunden so. Okay, cool. Das ist dann eins von zweien, glaube ich. Hier gibt es zwei Spiele. Grüne Ringe geben dir einen Boost. Passiere gelbe Kontrollpunkte, um eine Runde zu vollenden. Okay. Also grünen Boost gelb Kontrollpunkt. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie man, äh. Ach so, man muss, ach so, man muss drei Runden quasi. Warum bist du so schnell? Ja, tschau, Digga. Hey, du warst schon beim Start so ultraschnell. Warum? Ja, bei mir läuft's. Hopp. Alter. Oh, mein Gott. Man kann ja kaum lenken hier. Ja. Ja, oh ja. Ja, ja, fast. In der Hauptsache aber die KI ist viel schneller. Junge, mein Finger ist ja voll verkrampft. Ah, das war schon ne Runde. Na gut. Ich bin doch durchgesch- Okay, manchmal versteht's nicht. Okay, dritte Runde. Jawohl, gib Gas, ja. Okay, aber das muss ich auch sagen, ist geil. Gerade wenn es so ein bisschen schneller läuft. Oh lol, jetzt habe ich da aber mal ganz kurz falsch geprüft. Ja, alle Echte, jawohl. Du musst dir aber mal in der Aufnahme angucken, wie schnell du am Start warst. Ja, na, ich habe direkt halt Spendenmann gemacht. Ja, aber hey, ich kann gar nicht Spenden. Also ich habe X, mit X die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit X durchgespammt. Also direkt beim Start habe ich schon X durchgespammt quasi. So, das Ding ist, hier oben war jetzt was. Ist vielleicht da hinten irgendwo auch noch was? Auf jeden Fall Glückwunsch erstmal. Danke, danke. Okay, so, hier müsste noch eine, ein Wettkampf müsste hier noch sein. Was ist denn da auf dem Boot? Das wollte ich auch gerade gucken. Ja, wie geil ist denn das hier? Oh. Kommen wir da rein? Ja, aber hier ist leider nichts, ne? Wir wollen natürlich ungern Rätsel auslassen und so. Das ist natürlich klar. Oh, hier ist eine Kanone. Nice. Boah, ist hier oben ein Schatz. Oh, cool. Man kann hier sogar... Oh, die Schatztruhe. Oh. Yes. Schrecken der sieben Weltmeere. Sogar eine Errungenschaft bekommen. Der schießt sich wieder weg hier. Ja, voll nice. Geil ist denn das? Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine unter Wasser. Ja. Du kannst mal ein bisschen suchen. Ich such dann auch gleich nochmal woanders. Äh. Oh. Das Unterwasser ist so riesig hier. Naja, klar. Muss man auf jeden Fall... Ich gucke bei dir auch gerade nochmal ein bisschen. Aber ich sehe nichts. Oh. Also hier geht Rohre lang. Die müssen wir ja eh dann zum Funktionieren bringen. Guck mal, wir müssen eh hier hoch. Okay. Wissen du, bei dem Rohr, was ist denn damit? Wird ja auch eigentlich nur woanders hin. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Ich lost, da. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Ah, wir müssen das zu zweit machen. Ja, ich komme zu dir. Weil ich muss dann hier hoch machen und du musst den Weg unten dann... Du musst reinschwimmen. Da. Da kannst du reinschwimmen in das Glasding, weil ich muss das dann hier hochziehen. Dann kannst du da durchgehen. Warte mal, wo muss ich rein? Hier? Links. Jeder nach oben, Mann. Nach links schwimmen, ja. Und dann da. Ah, da. Jetzt hier links ist eine Öffnung, genau. Ah, ja. Okay. Was ist denn hier? Oh, da... Falle ich vielleicht lieber nicht rein. Hä, wie komme ich denn da rüber jetzt? Also, da kann ich doch nicht runter. Oder... Oh. Äh, bin ich lost? Ja. Ja, bist du. Hä, aber... Aber ich muss auch irgendwie reinkommen. Schau mal, man kann ja hier noch an die Seite. Hier noch einen anderen Weg rein. Kommt man hier irgendwie... Kann ich hier, aber ich glaube, man... Äh? Guck mal, ich kann den von außen. Ach so, du kannst... Ach so, du musst es dann drehen. Du musst es dann drehen, ja. Dreh es weiter, weiter. Ja, 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 so. Kannst du es auch nach... Genau, ja. Ja. Perfekt. Und jetzt, wo muss ich hin? Nach links, oder? Ja. Ja. Okay, passt. Sorry. Kann ich hier was machen? Nee. Nee, du musst mich da nach oben zu dem Loch. Das heißt, du musst es dann gleich... Nee, andere Richtung. Ah, aber wie soll ich da hinkommen? Äh... Da komm ich nicht hin. Wow, ich fall runter. Äh, ah, ist ja interessant. Wie kommt man da... Ach, warte. Try burning it around. Ach so, du musst es... Kannst du es umdrehen und dann von dem anderen Ende aus ziehen und ich kann dann wieder aufsteigen oder so? Ja, genau so. Naja, so geht es auch. Richtig. Muss ich hin da, ja. Ach so, nee. Ach so, doch jetzt. Oh, ich muss halt genau in die, ich muss halt genau in die andere Richtung. Ja, das Problem ist, dass ich... Ah, doch, warte mal, wenn ich jetzt ranziehe... Ja, ich müsste... Ja, doch, jetzt, 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 warte. Ja, ja, doch, ist richtig. Ja, ja, doch, passt doch. Und jetzt noch weiter nach links? Ja, ich muss nach links. Ich muss da an das Loch da oben rechts. Siehst du das? Loch oben rechts, da muss ich hin. Da geht es nicht weiter. Ach so. Jetzt, äh, ja, sorry. Mein Fehler. Genau, ja. Perfekt. Hallo. Ja, sehr schön. Ah, das war es schon, glaube ich. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig gewesen jetzt gerade. So, jetzt muss ich noch eins. Hier kann ich wieder... He, he. Gold. Goldie, Gogen. Der bleibt drinnen, du. Der bleibt schön drinnen. Okay. Das ist dann... Hier ist der... Okay, der läuft. Wo ist hier das zweite Rätsel? Hier unten kann man... Da bin ich ja rausgekommen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen umgucken. Ich will... Ist aber jetzt erstmal so nix zu sehen. Hier nicht, nee. Also hier in dem Raum, glaube ich, sowieso nicht. So, hier ist aber noch eine... Zeit, noch was, was? Pipeline geht da hinten in die andere Richtung. Wir könnten vielleicht... Ach nee, da waren wir schon. Da unten waren wir ja auch schon. Also es kann eigentlich... Die Pipe hier ist das. Ich schwimme mal der Pipe erstmal hinterher. Geht hier nach hinten zu diesem Tor. Aber sonst sehe ich hier auch keine Herausforderung. Schade. Die ist dann bestimmt oben dann. Wenn wir was übersehen wollen, ist auch nicht so schlimm. Wenn wir die Story durch haben, gehen wir nochmal zu allen Welten zurück und suchen dann so lange. Man kann ja dann jedes Kapitel einzeln starten. Und dann suchen wir nochmal so lange, bis wir was finden. Und dann zocken wir das danach alles. Wir zocken auf jeden Fall alle. Wenn wir sie jetzt nicht finden, dann machen wir es dann aber später. Alter, wo führt das hin? Das ist geil, muss ich sagen. Das ist eine Strömung. Ja. Direkt dagegen. Ich wusste nicht, ob ich nach oben oder nach unten soll. Und dann habe ich beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Und wir müssen dann random durch. Sagte er und ist gestorben. Nice. Hey. Ja, perfekt, Digga. So, das passt. Oh, ja, Junge. Oh, wir sind hier ganz woanders. Ah, vielleicht ist hier noch irgendwo. Ah, Digga, geh doch. Bin ich raus? Ah. Doch, warte mit. Kann man an den Haken springen? Lol, man rutscht ja wieder. Also hier rutscht man wieder. Ah, ja. Hier geht's. Da rutscht man wieder raus. Ah, perfekt. Dann kann man hier hoch. Genau. Da hinten geht's noch weiter. Das würde ich mir zuerst gerne nochmal angucken. Vielleicht wird man da nochmal fündig. Okay. Boah, cool. Aber ich glaube, ich muss da rüber. Ah. Ah, verkackt. Ich muss alles normal machen, oder was? Ah, nee, doch nicht. Aber du kannst ja da gar nicht. Nee, ich kann an den roten kann ich nicht lang. Nee, ich muss wahrscheinlich hier links einfach. Genau, hier links. Und das rote kann hier, aber das hier kann ich jetzt benutzen. Ja. Ja, die Grafik. Perfekt. Ja, ist schon nice. Ja, ist nice. Einfach nice. Oh, jetzt bin ich hier. Genau. Genau. Ja. Stupidu. So, easy. Ah, jetzt sind hier wieder... Hey, Digga, was ist das denn? Lol. Okay. Oh, man kann sogar die Höhe verändern. Ja und ja. Egal. Okay. Ja. Oh, man. Und warum denn? Hopp. Hopp. Jawohl. Und jetzt? Da durch? Oder was? Ja. Ja. Ach, war klar, genau, falsch. Yes. Aber man kann ja zum Glück noch die Richtung verstellen, während man noch unterwegs ist. Das ist natürlich nicht schlecht. Was ist Klaus? Und? Toll. Ich warte auf dich. Ja. Oh, Leute, erlappnet hinter mir. Haha. Gangster. Komm, hier ist doch noch das Spiel, Alter. Das zweite. Wann geht's denn da lang? Ach so, nicht. Da geht's nirgendwo lang. Ah, man muss ja alles suchen, ne? Ist man hier durch? Nee. Nee. Ich glaube, das hier ist das dritte, oder? Yep. We got this. Okay. Sieht gut aus. Ah, jetzt können wir da noch was drehen. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Ähm. Okay. Müssen wir so lang, wie wir gekommen sind, oder? Nee, komm mal, hier oben geht's ja. Ja. Ah ja, da kann man auf jeden Fall wieder rutschen. Hier ist sonst nix mehr, ne? Hier ist nur diese Maschine. Okay. Hier ist erstmal nix mehr, Freunde. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ciao. Ja. Uh. Warte mal, was ist da oben? Was ist denn eigentlich auf dem Schiff hier? Ja, wollte ich grad gucken. Ah, hier ist auch noch so... Oh, cool. Man kann hier so eine Fische fangen. Ja. Aber ist hier kein Wettbewerb oder so. Schade. Ist hier sonst echt nichts mehr? Ich seh hier nix mehr. Also hier ist nur dieses Rennen. Sonst seh ich hier leider nix. Ja, ich seh hier sonst nichts. Zur Not machen wir es dann später nochmal, ne? Das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell hier rein, betätigen das und dann sind wir auch wieder durch für heute. So, zack. Wo bist du ja schon da? Aber mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ja. Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwo was. Ja, mal sehen. Ah, okay. Man ist jetzt einfach am Leuchtturm und kann da hoch. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und dann schauen wir mal, finden wir das Game noch oder kriegen wir mal die zweite Seite des Briefes. Seid gespannt, wie's weitergeht. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.